Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Dragon Trailers. Beim Aufnahmen ist mir leider irgendwie beim dritten Part was mit der Aufnahmedatei schiefgelaufen. Von daher muss ich jetzt die Aufgaben, die ich im dritten Part gemacht habe, nochmals machen. Deshalb hat es hier jetzt auch schon Zeiten dabei. Und ja, das sind einfach die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aufgaben hier. Die wir jetzt einfach halt nochmals machen müssen. Mal schauen ob ich diesmal besser werde. Oder die Zeit etwa gleich bleibt oder noch schlechter. Von daher let's go. Und mal schauen wie es klappt. Oder läuft. In der Klemme. Ab und zu ist deine Fracht fast genauso gross wie dein LKW. Und trotzdem musst du sie genau dort abliefern, wo der Kunde es möchte. Bring also all deine Erfahrungen auf. Um diesen Raupenbagger zu einem Silo zu liefern. Und vergeud dir keine Zeit, der Bagger wird schliesslich auch andersherum gebraucht. In der Klemme. Ab und zu ist deine Fracht fast genauso gross wie dein LKW. Trotzdem musst du sie genau dort abliefern, wo der Kunde es möchte. Bring also all deine Erfahrungen auf, um diesen Raupenbagger zu einem Silo zu liefern. Und vergeud dir keine Zeit, der Bagger wird schliesslich auch woanders gebraucht. Sieht jetzt nicht allzu schwierig aus. Habe ich auch damals gesagt. Als ich es das erste Mal aufgenommen habe. Trotzdem gab es bloß Silber. Vielleicht mache ich es ja diesmal besser. Werden wir ja sehen. Aber ich glaube, Gold wird es trotzdem nicht werden. Aber ich glaube, Gold wird es trotzdem nicht werden. Ja, das war glaube ich fast die gleiche Zeit. Egal, weiter geht's. Silber, ganz okay, mit dem kann ich leben. Gabelstablerlieferung. Soeben ist ein dringender Auftrag eingetroffen. Ein Gabelstablerhersteller braucht deine Hilfe, um seinen gerade verkauften Gabelstabler auszuliefern. Fahre also um die Fabrik und parke an der Laderampe, sodass mit dem Beladen begonnen werden kann. Sieht jetzt auch nicht allzu schwierig aus. Sollte auch in Gold oder Silber schaffbar sein. Allerdings ist der Trader etwas länger als andere. Von daher mal schauen. Irgendwann schön hier am LKW entlang. Irgendwie so. Wird das dann bestimmt schon klappen. Irgendwann. Irgendwann hier aufpassen. Ja, das sieht nicht so gut aus. Ich will es so im Spiegel sehen. Irgendwann. Und da hilft mir jetzt wenigstens der Seitenspiegel etwas, mehr als sonst auch schon, aber der andere Spiegel nützt mir wieder mal gar nichts. Diesmal war es sogar jetzt wieder zu viel des Guten. Neu starten bitte. Ich glaube das muss doch irgendwie selber funktionieren. Vielleicht wäre es ein Newton vorher zu machen. Also sprich hier jetzt ein Newton machen. Ich glaube das ist die sichere Variante. Das war ganz knapp. Ich glaube das ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Allerdings den Aufliegen ein bisschen anders hinstellen. Das sieht doch gut aus. Und das war schon wieder zu viel. Perfekt. Schauen wir uns gleich dann am Schluss noch an ob ich besser oder schlechter war als beim ersten Durchlauf. Aber erstmal diese neuen Aufgaben jetzt hier fertig machen. In der Frühe. Dein Arbeitstag hat gerade angefangen. Hole deinen Auflieger vom Stellplatz und bring ihn in Position. Das sieht jetzt sehr einfach aus. Aber auch in Gold wird das wahrscheinlich echt sehr knapp werden. Ausser man würde hier vielleicht mit einmal ranfahren. Dann habe ich gerade auf das Lenkrad geschaut. Dann kann ich gerade noch kurz schauen. Und wenn ich die Richtung der Auflieger dann stehen muss. Okay dann geht man nicht rum. Das ist gut. Vielleicht ist diesmal ja in einem Zug hin nicht perfekt hinzustellen. Aber diesmal jetzt nicht so reinfrischen wie vorher. Komm. Vollgas voraus. Silber sollte drin liegen. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Sagte er und machte bestimmt einen Fehler. Jetzt möchte ich zu sehr pressieren. Also mich zu sehr beeilen eigentlich. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Und ich habe es gejinkst. Sagte er und machte einen Fehler. Was hat er gemacht? Einen Fehler. Fehler. Okay. Etwas langsamer vorgehen diesmal. Es hat immer schwierig. Eine Hand am Lenkrad die andere an der Maul zu haben. mich hier um zu sehen. Da wäre natürlich Track IR oder der Eye Tracker viel besser. Aber keine Ahnung ob das hier überhaupt mit dem Game funktionieren würde. Da es ja schon recht alt ist. Aber für diese kleinen Aufträge geht das ja klar. Belieferzeit. Die Laderampe ist jetzt soweit für dich. Du musst deinen Aufliegen nur noch schnell in Position bringen. Okay. Das sieht jetzt wirklich sehr einfach aus. Eigentlich rückwärts im Bogen an die Laderampe heran. Sollt jetzt wirklich kein Problem sein ausser der LKW hier drüben ist vielleicht eine kleine Schwierigkeit. Aber das geht klar. Aber auch in Gold ist das recht schwierig zu schaffen. Aber das war ja perfekt in einem Bogen rum. 28 Sekunden. Nice. Weiter geht's weiter geht's. Knifflige Sache. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein an einem Industriekraftwerk entlang zu fahren und dabei allen Gefahren aufzweichen. Fahre vorsichtig bei diesem Job. Okay. 90 Grad Winkel dort hinten parkieren. Daran kann ich mich noch erinnern das ist nicht wirklich einfach. so war nicht wirklich einfach und ist es auch nicht. Denn dafür muss man ja jetzt hier eigentlich den Trailer erstmal schön in Position bringen irgendwie. Und jetzt über den anderen Spiegel eben durch die Treppe verfehlen. Dort ist ja noch eine Treppe. auch sonst alles andere. Irgendwo sind noch andere Balken. Also Stützen meine ich. Das wird jetzt Brosse geben. Das kann ich euch sowas von sagen. Volle Pulle rückwärts bitte. Rechts sieht's gut aus. Den Kerb dürfen wir ja mitnehmen dort hinten. Müssen wir vielleicht nicht mal. Brosse. Hier habe ich mich zufrieden da ist das recht schwierig ist. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay hier ist noch Pearl Holler vorne dran. Hoffentlich nimmt das das Spiel so an. Und jetzt hier noch zu rangieren ist ein bisschen knifflig. Eine Minute 46. Okay hier unten würde sogar nicht mehr die Zeit stehen. Naja. Ihr habt jetzt vielleicht gesehen. Ob ich best oder schlecht war. Aber ich schau mir das gleich nachher an. Doppelter Ärger. Versuche die beiden Auflieger so schnell wie möglich auf die markierten Stellplätze umzusetzen. Damit sie beladen werden können. Schon bald werden weitere Zulieferer erwartet. Die Zugänge zu diesen Stellplätzen benötigen also. Halt dich ran. Hört sich auch auf den ersten Blick recht einfach an. Wird das hoffentlich auch sein. Natürlich nehme ich die erste Entforderung hier und platziere ihn dort in der 3. Das ist ja logischer vom Vorgehen her. Okay. Das war jetzt schon sehr knapp. Das ist glaube ich auch recht knapp. Aber das sollte so eigentlich schon gehen. Perfekt. Könnte vielleicht sogar Gold drin liegen. Aber ich glaube hier doch nicht. Mal schauen. Rechte Seite. Der Holzauflieger verfehlen bitte. Und dort sind noch irgendwelche Kisten. die Kisten. Okay Gold wird es nicht mehr aber dafür Silber. Das sollte reichen. Zumindest für meine Anforderungen reicht hier Silber schon. Und jetzt einfach Vollgas rückwärts. Nice. Okay viel schneller als beim ersten Mal. Find ich gut. Find ich gut. Fabrik Fiasko. Wieso bauen die diese für Ladehöfe immer so klein? Nutze die gesamte Erfahrung und park schnell an der Laderampe. Okay. Aber pass auf. Du nicht an den nahestehenden LKW kommst. Der gehört nämlich deinem besten Kumpel Mike. Okay. Einfach den Auflieger dort parken. Sollte ja jetzt kein Hexenwerk sein. Sollte. Die Begonung liegt auf sollte. Sollte. Die Begonung liegt auf sollte. Auch das ist schon wieder fragwürdig wie man das in Gold schaffen soll. Und da sind jetzt auch noch so Kisten. Okay. Jetzt habe ich schon scheiße angefahren. Das geht so gar nicht. So funktioniert es schon mal nicht. Den U-Turn. Ja möglicherweise. So halb den U-Turn zu machen. So auch schon wieder ziemlich knapp an den Kisten dort hinten. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das hat jetzt niemand gesehen, dass ich hinten an die Laderampe gefahren bin. Komm schaff mir das. Komm 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 komm. No. Schade. Ganz knapp. War beim ersten mal besser. Aber lass jetzt mal so. Ausfahrt blockiert. Du blockierst momentan eine Ausfahrt und wurdest gebeten an der Rückseite zu parken bis alles erst soweit für dich ist. Dort vorne. Nach hier hinten. Rückwärts. Okay. Rückwärts. Rückwärts. Funktioniert das so? Das sieht ganz knapp aus. Aber machbar. Jetzt einfach rückwärts im Bogen um die Garage herum. Rücken rechts nahe dort am Platz am Rand zu bleiben. Wenn ich rechts möglichst viel Platz habe. Um zu rangieren was jetzt eben nicht der Fall ist. Weil ich ja um die Kurve muss. brauche ich da ein bisschen viel Platz. Komm. Rückwärts kann hinein. Übe den Randstein drüben. Wieder rechts schauen wie es aussieht. Nicht all zu gut. Schon recht knapp. Sollte aber funktionieren. Sieht gut aus. Ne. Zu nahe an der Garage dran. Kommt rückwärts. Und das reicht schon. Ganz knapp etwas schlechter. Gut. Ich glaube das war's. Wenn ich das richtig gesehen habe. Kurz mal schauen. Wo sind die. In der Klemme. Hier haben wir angefangen. Zeit wieder. Och. Bisschen besser. Auch hier. Ein ganz klein wenig besser. Auch hier etwas besser. Sind das jetzt die ersten Duschläufe oder die zweiten? Na gut, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall nicht so grosse Unterschiede. Aber gut. Das müsste jetzt eigentlich die Folge 3 sein. Und dann geht es weiter bei der nächsten Folge 4. Mit der helfenden Hand. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der Folge 4. In der Gegenwart. Genau, weil ich bin jetzt aus der Zukunft. Von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.